hey hallo da bin ich wieder so ich hänge jetzt seit fast drei wochen in einem sergio video und ich komme überhaupt nicht voran ja auch nicht auch nicht hier weil sich die ereignisse überschlagen hier so also ihr könnt euch gar nicht vorstellen was hier backstage los ist so als ob das gipfeltreffen mit tommy luke bölich und einrich pfaff jetzt nicht genug wäre so ne kommt da jetzt auch noch der mentalist mit ins spiel der kennt ihr den mentalisten so er hat mir eine atomenbombe in die hand gedrückt hier so unser kickbox kommt wie wolle hier der hatte in den letzten zehn zwölf wochen zwei kämpfe gemacht so und da gehört natürlich die entsprechende vorbereitung dazu so und ich bin wolle sein trainingspartner eine vorbereitung das heißt wir machen alles zusammen hier die ganze striking das krafttraining das ekelhafte zirkeltraining vom hokusha hier so hier geht es drunter und drüber hier das überschneidet sich ja auch alles so das ganze vorbereitungstraining so voll in action so ne dann hänge ich in den sergio video dann probt seit knapp zwei wochen liegt das mentalist thema auf dem tisch hier wird da heiß diskutiert hier ne so und jetzt am montag dann kam das treffen mit tommy luke bölich und einrich pfaff dazu so das video wird noch ein bisschen auf sich warten lassen denn ich habe von dem treffen hier mit tommy und einrich ein foto was wir hinterher gemacht haben das habe ich gepostet so da gab es ganz viele reaktionen auf youtube auf facebook instagram überall und hauptsächlich positive dinger hier ne so da gab es dann natürlich aber auch denken hier von waldi ne viele grüße und deswegen habe ich mir gedacht so dass ich das mal grob umreiße so so wie das abgelaufen ist und was wir da so gequatscht haben interessant sehr interessant so jetzt hat ja meine heinrich pfaff video zu diesem treffen geführt so und natürlich hat heinrich auch kein applaus geklatscht so mehr aber ob ihr glaubt oder nicht das video war dem scheißegal so das ist aber schon etwas ja dem war wichtig dass er mir die umstände erklärt die zu diesen entwicklungen geführt hat das wieso weshalb warum so ne und das ganze hatte mehr politischen drive als einen technischen so und ich muss sagen ich bin nicht überrascht was ich da gehört habe aber ich bin schockiert so letztendlich kann man sagen diese ganze videosache war eigentlich nur eine brücke zu dem viel konstruktiveren teilen nur denn dann haben wir über leistungen gesprochen über das sport winkt schon mehr und allen am tisch war klar ja das heißt der heinrich tommy der wolle und mir ja das hat sportwink schon das winkt schon im allgemeinen legit machen kann und somit dem winkt schon zu einem zweiten frühling verhelfen kann zu einer renaissance er hat zu einer daseinsberechtigung und dadurch dass die zeit eben leistungsnachweise erbracht werden sehr sehr interessant so ein lustiger kerl wie ich bin habe ich dann auch mit einem spaßigen anstrich mein appell an heinrich pfaff gerichtet und hab dann gesagt ich stelle dir mal vor wenn du jetzt der wsl präsident wärst so ne so und das sportwink schon push ja so und das winkt schon legit machst dann hast du legacy dann sind die ganze politik und die ganze scheiße 35 40 jahre hier das ist alles vergessen das interessiert dann keinen mehr weißt du ich meine so dann ist heinrich pfaff king heinrich pfaff denn der hat das winkt schon dann legit gemacht denn es ist nun mal so dass es heinrich pfaff gar nicht bewusst gewesen so ne das habe ich gemerkt in dem gespräch so ne so in den ganzen vt und winkt schon kreisen so ist der heinrich pfaff schon als legende angesehen so ne also nach dem foto was ich gepostet habe haben sich ganz viele leute bei mir gemeldet habe ich sag ja mensch das ist ein guter hier der guido wedekind hat sich auch gemeldet hat sich jawohl bist du mit dem besten unterwegs hier und so ne so der heinrich pfaff hat ein ganz ganz großes ansehen so ne und das ding ist so mich ehrt das dass wir da zusammen saßen und dass heinrich pfaff und tommy luke bölich mir zugehört haben so ne so aber die menschheit da draußen hört mir nicht zu die denken ich bin der bully der hier alle nur dumm machen will und strech labern will so nein nein es geht um fortschritte entwicklung so guck mal heinrich pfaff und tommy luke bölich haben das verstanden so das gespräch hätte noch stundenlang weiterlaufen können wir hatten aber zeitdruck so ne und zwar klar wir müssen uns im gemeinsamen training fahrt werden wir müssen zusammen auf der matte ja wir müssen analysieren wir müssen auswerten wir müssen ein fazit rausziehen so ne so den jungs ist klar dass das sport das ding sein kann so ne der tommy luke bölich weiß das auch wenn du in zukunft mit deiner winkschung schule sagen wir mal neben dem regulären training sportwinkschung anbieten kannst so dann ist deine schule legit respect ganz einfach so das heißt nicht nur sicherst du dir deine marktanteile so ne weil dich ja keiner angreifen kann ollie kann keine videos über dich machen und sagen dass das alles bullshit ist hier ne denn du bist im touch mit dem realen shit ja so und das sichert dir deine marktanteile so und dadurch dass du sportwinkschung hast so musst du dann die leute nicht mehr wegschicken die auch ein bisschen mehr machen wollen als nur das reine bewegungstraining so ne so das heißt du hast eine neue zielgruppe erschlossen so das geht in die richtige richtung so ne und jetzt als ob diese ganze krasse sache nicht jetzt schon so die spitze vom berg wäre so weißt du nein da liegt jetzt auch noch das mentalist thema hier auf dem tisch so der mentalist der horn e video insider in der kollapszeit 2001 234 rum der aus bestimmten gründen ausgestiegen ist und jetzt die seiten gewechselt ist jetzt hier zur windschung polizei gekommen so und hat ausgepackt hier wer will helfen die ganzen täter hier und das täterkollektiv zu überführen hier ne gucke hier also ich habe hier glaube ich ätzig terabyte an daten von den schonen die ich da angekommen bin das erzähle ich nur bei dir auf jeden fall habe ich halt damals ja sehr viel mit rumgehangen früher bevor ähm scanty könig und eric co geschäftsführer bei der indio waren und dann sind ja teilweise gegangen hast ja auch selber nach dem gezeigt und ich hab dann ja sehr viele prübe auch schon und sehr viel jahrelang äh trainiert und die war schon gekriegt und so weiter und hatte das und die ja arbeiten viel machen urkunden mit geht's booklet und aus die ganze original dateien und da habe ich videos für ihn gedreht und die geschnitten und seine website unten pc von ihm habe ich auch neu installiert also mit seinen ganzen festplatten und so und da habe ich sachen gesehen bei lieber schwang also wirklich die weg kann ich aus in den abgrund der damaligen edel chirurgien zeiten so ich kann direkt schon mal sagen so einrichtet ist es nicht hier also einrichtung mit tomia die sind auch abgeschnallt als sie das video gesehen haben das haben stehen die zeichnet bei dem treffen am montag hier so da ist ihnen aber alles aus dem sich gefallen hier so also leute das ist der brandheiße schizo und wenn ihr mehr zum mentalist wissen wollt ja dann watch out for the next video denn da geht es ausschließlich um den mentalisten und wie ich mit der atombombe umgehen werde die er mehr hier in die hand gedrückt hat das heißt bis dahin